Hey, ich bin's wieder, Ludwig, dein Body-Vital-Trainer. Schön, dass du wieder mit dabei bist. In diesem Video möchte ich dir Übungen für Vielsitzer zeigen. Das heißt, Trainingsübungen für deinen Rücken, was du auch im Büro nachmachen kannst oder jetzt auch im Homeoffice. Wie das funktionieren soll, dann musst du dranbleiben. Die erste Übung, die du jetzt schon machen kannst, ist eine Fingerübung, und zwar meinen Kanal zu abonnieren. Somit verpasst du keiner dieser Videos mehr. Also, starten wir los! Gut, die erste Übung, was wir jetzt machen werden, ist, wir stehen mal auf. Schultern leicht runter und jetzt bewegen wir uns leicht diese Seite und auf die andere Seite. Ganz locker einmal rüber. Die kann auch jeder machen, die Übung. Oder? Schreife langsam bei den Oberschenkel auf und runter. Dann reißen wir nochmal den Oberkörper. Weichte Arme hin und her schwingen. Komm, mach mit! Auch du kannst die Übungen machen. Die nächste Übung, was wir machen werden, wir gehen einmal vor. Also, wir überstrecken ein bisschen die Lenkenwirbelsäule. Dann gehen wir vor und nochmal zurück. Dann knirscht es und knackst es. Ein bisschen in der Lenkenwirbelsäule. Schön zurückgehen und wieder vor. Wenn du zurückgehst, schau, dass du ein bisschen den Brustkorb aufmachst. So, die nächste Übung. Gehen wir die Finger dort zur Lenkenwirbelsäule. Von links und rechts von der Lenkenwirbelsäule. Und jetzt gehen wir langsam ein Bein hoch, das andere Bein. Schön hochheben. So mobilisierst du die Lenkwirbelsäule. Gerade stehen dabei. Schön langsam hoch und wieder runter. Wenn du Fragen hast zu Übungen, dann schreib sie in die Kommentare bitte. Wohlgeatmen dabei. Einmal noch zwei. Sehr gut. So, die nächste Übung, die haben wir schon öfters gemacht. Schön beckenbreit stehen und jetzt das Becken vor und zurück. Mach einen richtigen Stockerl. Po und das Becken vor. Und zurück. Oberkörper bleibt ruhig. Nur das Becken bewegen. Wenn du das Becken vor. Wenn du das Becken vor schiebst. Wie wenn du runter schauen würdest, ob dein Hosentür offen ist. Ja. Und zurück. Vor und zurück. Aber bitte langsam und nicht ruckartig. Wenn du unbedingt einen Bandschäbenvorfall haben willst, dann musst du die Übung ruckartiger machen. Also bitte nicht ruckartig machen. Noch zwei. Und Pause. Gut. Jetzt greifen wir hier bei dem Pobacken unterhalb. Und dann schieben wir das Becken vor. Schön vorschieben. Da spannst du den Bauch. Ein wenig. Hier. So spannen. Schön vorschieben. Schön ein bisschen halten. Dann wieder lockern. Und jetzt gehen wir vor. So streifen wir da. Bis zum Knien runter. Ganz langsam. Ich stehe mich da auf die Seite. Und dann versuchen wir, den Rücken langsam hoch zu geben. Also wirbel für wirbel. Und dann wieder langsam lockern. Runter gehen. Schüttelblätter hinten ein bisschen zusammenziehen. Und noch einmal. Schüttelblätter auf. Wirbel für wirbel. Und wieder runter. Und jetzt versuchen wir die ganze Geschichte. Stickelbauer weiter runter zu gehen. So dass es hier bei der linken Wirbelsäule ein bisschen spannt. So dass wir dir ein bisschen entlasten. Und langsam wieder hoch. Und Brust raus. Gut. Jetzt greifen wir hier zum Becken. Und jetzt streifen wir da beim Oberschenkel runter. Gehen so weit runter. So weit es geht. Schau das gerade Buckelmaps dabei. Zieh, ziehe. Und eine andere Seite. Bitte ganz langsam hoch. Ganz langsam rüber. Schön noch runter streifen. Den einen Arm hier halten. Und wieder zurück. Probieren wir es gleich noch einmal. Also. Prüber. Und wieder zurück. Und wieder zurück. Jetzt gehen wir die Hände hierher. Und jetzt kreisen wir das Becken rein. Und gleich das von der Seite. Wie wenn du Lamparder tanzen möchtest. Aber ganz langsam schieb das Becken vor. Kno. Kno zurück. Kno zurück. Und in eine andere Richtung. So. So kriegst du wieder tolle Schmiere in die Lenkenwirbelsäule rein. Und noch einmal zurück. Und noch einmal zurück. Und in eine andere Richtung. Schau, dass du das nicht zu lang, zu schnell machst, meinte ich. Schön langsam kreisen. Achte darauf, dass dein Oberkörper ruhig ist. Also nur das Beckenbewegen. Ich hoffe es waren Übungen für dich dabei, die du toll nachmachen kannst. Ganz wichtig ist, du solltest sie regelmäßig machen. Wenn du sie regelmäßig machst, dann bringen sie auch was. Gefällt dir solche Videos von mir? Dann abonnier bitte diesen Kanal. Wenn du Fragen hast, dann schreib sie in die Kommentare. Und ich möchte mich auch bei allen bedanken, die fleißig kommentieren bei mir. Somit sehe ich, dass meine Videos doch irgendwie ankommen. Und danke nochmals dafür. Ich freue mich bis zum nächsten Video. Ludwig, dein BodyVital Trainer. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.